Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Schaltmagnet G-Intermittierend. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Getriebediagnose DTC und gilt normalerweise für OBDI-Fahrzeuge, die mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind. Dies kann Fahrzeuge von Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, VW und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke und Modell variieren und Antriebsstrangkonfiguration, die meisten Automatikgetriebe verfügen über eine Reihe von Schaltmagneten, abhängig von der Anzahl der eingelegten Gänge, die damit verbundenen Fehlercodes, das G-Magnetventil, sind die Codes P075A, P075B, P075C, P075D und P075E, basierend auf der spezifischen Fehlfunktion, die das PCM warnt, den Code einzustellen und das Check Engine Light zu beleuchten, wenn sie einen Overdrive oder eine andere Getriebewarnlampe haben, leuchtet diese möglicherweise ebenfalls auf, der Zweck des Schaltmagnetkreises besteht darin, dass das PCM die Schaltmagnete überwacht, um die Bewegung von Flüssigkeit zwischen verschiedenen Hydraulikkreisen zu steuern und das Getriebeübersetzungsverhältnis zum geeigneten Zeitpunkt zu ändern, dieser Prozess maximiert das Leistungsniveau des Motors bei der niedrigstmöglichen Drehzahl, das Automatikgetriebe ist auf Bänder und Kupplungen angewiesen, um die Gänge zu wechseln, dies wird erreicht, indem der Flüssigkeitsdruck zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, die Getriebemagnete sind für das Öffnen oder Schließen von Ventilen im Ventilkörper verantwortlich, damit Getriebeöl zu den Kupplungen und Bändern fließen kann, um das Getriebe beim Beschleunigen des Motors reibungslos zu schalten, wenn das Antriebsstrangsteuermodul PCM eine Fehlfunktion im Schaltkreis G des Schaltmagneten erkennt, können je nach Fahrzeug, Getriebe und Anzahl der im jeweiligen Automatikgetriebe enthaltenen Gänge verschiedene Codes ausgelöst werden, in diesem Fall ist der Fehlercode P075EOBD2 mit einem intermittierenden Fehler im Schaltkreis G des Getriebeschaltmagneten verbunden, Beispiel für Schaltmagnete, was ist der schwere Grad dieses DTC, der schwere Grad dieses Codes beginnt normalerweise als moderat, kann jedoch schnell zu einem schwerwiegendären Grad führen, wenn er nicht rechtzeitig korrigiert wird, was sind einige der Symptome des Codes, zu den Symptomen eines P075E Fehlercodes können gehören, Getriebe rutscht Überhitzung des Getriebes Das Getriebe legt einen Gang ein verringerter Kraftstoffverbrauch möglicherweise fehlzündungsähnliche Symptome das Fahrzeug wechselt in den Notlaufmodus überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen P075E Übertragungscode können sein, unzureichender Flüssigkeitsstand schmutzige oder kontaminierte Flüssigkeit Getriebefilter verschmutzt oder verstopft Getriebeventilkörperdefekt Eingeschränkte Hydraulikkanäle Die Übertragung hat einen internen Fehler Schaltmagnet defekt Korrodierter oder beschädigter Stecker Fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung PCM Fehlerhaft was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung Bei P075E, bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen beginnen, sollten Sie die Technical Service Buildtanks, TSBs, für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Getriebe durchsuchen, Unter bestimmten Umständen kann dies auf lange Sicht viel Zeit sparen, indem Sie in die richtige Richtung weisen, Sie sollten auch die Fahrzeugaufzeichnungen überprüfen, um zu überprüfen, wann Filter und Flüssigkeit das letzte Mal gewechselt wurden, wenn dies möglich ist, Inspektionen von Flüssigkeiten und Kabeln Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass der Flüssigkeitsstand korrekt ist, und den Zustand der Flüssigkeit auf Verunreinigungen zu überprüfen, anschließend sollte eine gründliche Sichtprüfung durchgeführt werden, um die zugehörige Verkabelung auf offensichtliche Mängel wie Schaben, Reiben, blanke Drähte oder Brandflecken zu überprüfen, als nächstes überprüfen Sie die Anschlüsse und Verbindungen auf Sicherheit, Korrosion und beschädigte Stifte, dieser Prozess muss alle Kabel und Anschlüsse zu den Getriebemagneten, der Getriebepumpe und dem PCM umfassen, basierend auf der Konfiguration sollte die Übertragungsverbindung auf Sicherheits- und Bindungsprobleme überprüft werden, erweiterte Schritte Die fortgeschrittenen Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung, um genau zu funktionieren, diese Verfahren erfordern ein digitales Multimeter und die spezifischen technischen Referenzen für das Fahrzeug, die Spannungsanforderungen richten sich stark nach dem spezifischen Jahr und Modell des Fahrzeugs, Sie sollten die spezifische Fehlerbehebungstabelle für Ihr Fahrzeug befolgen. Durchgangsprüfungen Durchgangsprüfungen sollten immer mit Strom aus dem Stromkreis durchgeführt werden, und die normalen Messwerte für Verkabelung und Verbindungen sollten 0 Ohm Widerstand betragen, sofern in den technischen Daten nichts anderes angegeben ist Widerstand oder kein Durchgang ist ein Hinweis auf eine fehlerhafte Verkabelung, die offen oder kurz geschlossen ist und repariert oder ersetzt werden muss, was sind einige häufige Reparaturen für diesen Code. Flüssigkeit und Filter wechseln reparieren oder ersetzen Sie einen defekten Schaltmagneten defekten Getriebeventilkörper reparieren oder austauschen defektes Getriebe reparieren oder ersetzen Getriebespülung für saubere Passagen Korrosion von Steckverbindern reinigen Verkabelung reparieren oder austauschen Fläschen oder ersetzen von PCM hoffentlich waren die Informationen in diesem Artikel hilfreich, um sie in die richtige Richtung zu lenken und das Problem mit ihrem Fehlercode für den Schaltmagnetkreis zu beheben, dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die spezifischen technischen Daten und Service-Buildtanks für ihr Fahrzeug sollten immer Vorrang haben.